Musik 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 Stadecken-Elsheim kann auf eine beachtliche Römergeschichte zurückblicken. Unter diesen Hügeln wurde vor rund 70 Jahren ein römischer Sarkophag entdeckt. Heute ist er im Hof der Burg Stadeck ausgestellt. Der Sarkophag aus Rothsandstein ist rund 1700 Jahre alt. Die Grabbeigaben ruhen im Mainzer Landesmuseum. Möglicherweise gehörte das Grab zu einer nahegelegenen Villa Rustica, die mittlerweile unter der Erde verborgen liegt. Dieser Gutshof war von der Mitte des ersten Jahrhunderts nach Christus bis mindestens in die zweite Hälfte des vierten Jahrhunderts bewohnt. Mehr als 500 Jahre haben die Römer in Rheinhessen ihre Spuren hinterlassen. Beim Anblick dieser sanften Hügel wird klar, die Römer konnten nicht anders, als Rheinhessen zu lieben. Auf futuronach richtige Zzeitung öffentliche ZGL Eine Römer in Rheinhessen zu lieben.